jo leute willkommen zu einem neuen vlog heute wieder ein making of zu einem video was ich gerade drehe zu meinem late for school video ich bin hier beim kumpel in der wohnung ich darf hier aus dem fenster springen bei mir funktioniert das so nicht vom platz her und so und von der höhe hier sind zehn meter ich bekomme heute von der stuntfirma ein luftkissen geliehen und die bauen mir das da unten auf beziehungsweise ich baue das mit dem da unten zusammen auf und dann würde ich start sehen hier so losgehen dass ich auf dem sofa aufwache den wecker erstmal ausschießen mit der nerf gun dann fände ich wieder ein wach auf bin in zeitnot und nehmen natürlich die abkürzung durchs fenster entweder springe ich direkt da front hier raus aus dem fenster also flug ich weiß gar nicht genau vielleicht einfach nur so ein körper und dann auf dem rücken landen oder noch ein frontflip einbauen und den überdrehen also anderthalb frontflip auf dem rücken aber ich werde mich erst mal ran tasten glaube ich und erst mal einfach nur so hier raus springen ich habe auch noch ein brustgurt für die gopro bei ich weiß nicht ob ich sie dabei im mund nehme oder lieber nur an die brust mache weil ich mir noch nicht sicher wie der impact ist zehn meter sollte eigentlich okay sein aber ja ich werde es erstmal so probieren glaube ich mit gopro auf der brust und dann mich ran tasten und mal gucken was am ende hier alles so geht ich bin schon mega drauf gespannt ich freue mich schon richtig darauf hat jetzt auch eine weile gedauert das alles so einzufädeln und zu planen aber wird glaube ich ein richtig cooles video und eine richtig coole szene so das luftkissen ist gleich fertig und da aus dem fenster springe ich gleich raus das luftkissen ist jetzt aufgebaut das ist alles bereit ich werde gleich meinen ersten testsprung machen ohne gopro so sieht das aus sieht auf jeden weich aus mal gucken ob es auch weich ist und ich werde es jetzt einfach mal ausprobieren direkt ich habe jetzt schon ein paar richtig geiler aufnahmen gemacht das reizt Reicht auf jeden Fall für das POV-Video mit der GoPro im Mund und jetzt mache ich noch ein, zwei Sprünge aus Spaß. Billy, der das Luftkissen gebracht hat, hat gerade in Auerbach einfach hier runter gemacht. Richtig krass, voll das komische Gefühl, weil das Fenster eben so klein ist, wo man durch kann, aber jetzt muss ich das natürlich auch machen. Das ist Gary. Das Schwierigste dabei ist immer das Rauskommen aus dem Luftkissen. Richtig anstrengend. Hier oben ist das auf jeden Fall nochmal eine andere Nummer. Ich bin jetzt eine Etage höher gegangen. Ich glaube, es sind drei Meter mehr. Auf jeden Fall gute drei Meter mehr. Sieht auf jeden Fall anders aus. Das ist richtig scary. Dann, ich mach mal. Drei, zwei, eins, go. Das macht Spaß. Das ist so spooky, wenn du am Fenster stehst und einer rauscht an dir vorbei. So, die Session ist leider schon wieder vorbei, aber ich muss noch ein bisschen an dem eigentlichen Video weiterdrehen. Das hat aber mega Spaß gemacht. Danke nochmal an Busch. Auf jeden Fall. Oder an die Busch für das Luftkissen. Mega geil. Ich habe hier alles abgedreht. Das sieht jetzt ein bisschen chaotisch aus. Wenn ihr euch mein P.O.B. Video dazu anguckt, wisst ihr weshalb. Habe ich natürlich unten auch verlinkt. Danke auch nochmal an Tomstar, dass ich hier bei ihm drehen durfte. Hier ist es einfach perfekt gewesen dafür, für das Video. Er macht Breakdance Tutorials. Falls euch das interessiert, habe ich auch unten verlinkt den Kanal. Checkt das auf jeden Fall mal aus. Und schreibt mir das gerne unten in die Kommentare. Falls ich mal nochmal so ein Luftkissen mir ausleihen soll für den Tag und irgendwo aufbauen soll. Vielleicht noch irgendwo, wo man besser abspringen kann. Weil hier von dem Fensterbrett mit dem kleinen Fenster und so konnte man jetzt nicht so richtig krasse Sachen machen. Aber hätte ich auf jeden Fall mal Bock, sowas richtig mit einer Plattform zu machen. Mal gucken, ob ich das irgendwann mal hinkriege. Jetzt geht es auf jeden Fall erstmal wieder raus auf die Straße und die ganzen Parcours-Szenen noch drehen. Jetzt habe ich ja eigentlich nur den Anfang gemacht. Gestern habe ich schon ein bisschen draußen was gedreht. Aber der Hauptteil von dem Video und das Ende und so weiter muss jetzt alles noch drehen. Also geht es direkt weiter. Jo Leute, ich hoffe mein Vlog hat euch gefallen. Das war natürlich nicht alles. Der Late for School Videodreh geht natürlich noch weiter. Den zweiten Teil findet ihr aber auf meinem neuen Vlog-Kanal. Den habe ich hier verlinkt. Checkt den auf jeden Fall ab. Hier ist auch das Video dann verlinkt. Also abonniert mich auf meinem neuen Kanal. Auf jeden Fall. Ich brauche da nämlich ganz schnell 1000 Abonnenten. Ab da kann man nämlich erst mobile Livestreams machen. Das war eigentlich mein Hauptplan für den neuen Kanal. Ich wollte einfach mal spontan mobile Livestreams machen können. Und das interessiert natürlich nicht alle hier auf dem großen Kanal. Aber Live-Tutorials und so weiter will ich schon ewig machen. Dafür habe ich den neuen Kanal gemacht. Für Vlogs, Livestreams und alles mögliche, was hier nicht auf den Kanal passt. Also abonniert den auf jeden Fall. Abonniert mich hier, falls das noch nicht gemacht hat. Gebt mir einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Schreibt mir gerne in die Kommentare, was ich als nächstes Verrücktes machen soll. Ob ich das Air-Trick, äh nicht Air-Trick, das Luftkissen irgendwo anders mal aufbauen soll. Eine krasse Session da machen soll mit ein paar anderen coolen Leuten. Schreibt mir das unten rein, wenn es euch gefallen würde. Und habt viel Spaß beim Training. Wir sehen uns beim nächsten Mal oder jetzt direkt auf meinem neuen Kanal. Bis zum nächsten Mal. Das war's für heute.